Hallo und Serva de Cap. Jetzt sind wir am Summit Beat Resort. Ich will euch das mal zeigen. Schöner Strand wie überall, glasklares Wasser, keine Steine, eine schöne Bucht. Die Bungalows sind ein bisschen in den Felzen oder in den Berg gebaut. Ja, geben wir mal Fragen, was es kostet. Ja, schön Schatten, nicht weit bis ins Wasser. Die Blätter fängt man auf. Cool Beat Club. So, der normale Rum ist 1520 Watt. So, schauen wir mal aus, was die Kinder nehmen. Aber auch hier direkt vom Hotel direkt zum Strand. Ja, ein E-Voucher 300 Watt. Was das ist, keine Ahnung, die Preise werden soll wissen. Oh, hier sind die. Biggerwerk. The room is over there, Cap. Okay. Ah. You know, we can spray, na? When I have promotion, I can send it to you. Okay. You want? Yes, 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 sure. In the future, if you have a heavy agency, na? We can work. Okay. Okay. I see the board when you scan 300 Watt. What is it? On the front. Oh, that's one for food. For food. Yes. Room for food. Room for food. Okay. So, also, wenn extra einer kommt, das Zimmer ist für vier ausgelegt. Der Preis 2300 ist für zwei Leute mit Frühstück. Und der separat, wenn ein dritter kommt, ist der 700 Watt Zahn. Mehr inklusive Frühstück. Ja. Die sind schön luftig gebaut. Man kann auch Klimaanlage oder Fenster aufmachen. Kühlschrank, Haarföhn. Und es ist alles da. Die Zimmer also normal mit einem Bett drin. Großes, die 1520. Und eine schöne Aussicht. Die sind alle hier hoch gebaut, die Zimmer. Schön. Ihr habt es nicht weit von hier bis zum Meer. Schön angenehm und luftig, um auf der Terrasse zu sitzen am Abend. Und was hier schön ist, dass die Zimmer sind alle nicht so beieinander. Wenn ihr auf dem Balkon sitzt, können sie euch nicht so auf den Teller gucken. Ja. Das ist gut, wenn die Menschen sitzen am Balkon. Die nächsten Menschen sind so weit entfernt. Das ist gut. Die Menschen sitzen am Balkon. Ja. Die Menschen sitzen am Balkon. Ja. Ja. Und dann sehen wir die Bühne. Ja. 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 Also direkt am Meer das Zimmer. 3400 Watt mit Meerblick. Ja. 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 Also. Wie viele Meter? 30 Meter von diesem Zimmer zum Strand. Einen eigenen Strand. Und schönes Wasser. Glas klar. Und ihr könnt auch Paddelboote sein. Ja. Nicht schlecht, oder? Ja. Ja. Oh. Summit Beach. Richtig schön. Das Strand nicht zu groß. Aber er geht ja noch weiter. So. Und wenn euch das so gefällt, was ich hier für euch mache. Für alle mache. Äh. Wenn es euch gefällt, gebt mir ein Like. Habt ihr den Kanal noch nicht abonniert? Abonniert den Kanal. Es kostet nichts. Schaut euch das Schöne an. Nicht mich. Sondern die Umgebung. Das war's. Tschüss. Der Dieter. Der Pieter Lantern. galluviah。 Im cheer. ESC. bis zum nächsten mal. Alright. Dies hat mich. Bitte ist wissen wir nicht besser nicht. Men.